Ja, fünf, zwei, sechs, sieben, neun, sechs, sieben, sieben. Nein. Schöner Rückenkamera zurück, was? Mann, das habe ich doch gerade schon mal gesagt. Nein. Nein. Störung. Ist das ein Widerspruch? Oder arrogant. Hören Sie, ich bin nicht arrogant. Und ich bin auch kein Zyniker. Vielleicht kommen Sie einfach nicht damit klar, dass Sie sich getäuscht haben. Dass man keine Beweise gegen Sie gefunden hat, das heißt gar nichts und das wissen Sie. Sie wollen es glauben, oder? Ich glaube es nicht, ich weiß es. Wenn man zu sehr an einer Sache festhält, verliert man leicht den Überblick. Ach ja? Es geht jedoch um etwas ganz anderes und das wissen Sie. Und sehr auf der Mitte. Wussten Sie, dass die Trennung zwischen beruflich und privat eine reine Illusion ist? Ich glaube es nicht, dass die Trennung zwischen beruflich ist.